Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und gewähre unsere Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seiner seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes und der reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte, geboren wurde. Zu dieser Stunde flehen wir dich an. Höre unsere Gebete und gewähre unsere Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seiner seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte, geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte, der schönen Tag in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte, in der durchdringenden Kälte, in der durchdringenden Kälte, der durchdringend Kälte, und die das in der durchdringenden Kälte ist. von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte gebrochen wurde zu dieser Stunde. Flehe, flehen wir dich an. Erhöre unsere Gebete und gewähre unsere Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehen wir dich an. Höre unsere Gebete und gewähre unsere Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehen wir dich an. Erhöre unsere Gebete und gewähre unsere Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehen wir dich an. Höre unsere Gebete und gewähre unsere Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre unsere Gebete und gewähre uns zur Bitten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehen wir dich an. Höre unsere Gebete und gewähre unsere Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehen wir dich an. Höre unsere Gebete und gewähre unsere Wünsche. durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehen wir dich an. Höre unsere Gebete und gewähre unsere Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Anliegen. Durch Jesus Christus. und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Und zu allen deinen Segen geben.